Ja, hallo, danke für die Begrüßung, danke für die Einladung. Ich habe gestern Abend etwas gemacht, was ich eigentlich nie mache, noch einen Slide zu ändern, beziehungsweise sogar den Titel. Aber ich hoffe, dass jetzt die Umstellung so ein bisschen verständlicher wird. Das sollte in den nächsten Minuten der Fall sein. Also worum geht es? Ich will euch mal erklären, warum wir bei T3N jetzt Podcasts machen. Wir machen ja Print, wir machen Online. Wieso machen wir jetzt Podcasts? Und vor allem auch mal aufzeigen, was für Potenzial wir für uns in Podcasts sehen. Und das hat eben viel mit Persönlichkeit, Community und Marke zu tun. Ganz kurz noch eine Vorstellung. Luca Caracciolo, mein Name, so wird es geschrieben. Ich bin seit 2012 bei T3N. Erst Redaktionsleiter seit letztem Jahr als Chefredakteur des Printmagazins. Bei Twitter bin ich unter Papierjung unterwegs. Ganz grobe Key Facts zu T3N. Wir sind 60 Mitarbeiter mittlerweile in Hannover, nicht in Berlin. Wir werden oft gefragt, warum wir denn nicht in Berlin sind, wenn wir über die Tech-Szene schreiben. Aber unsere Gründer kommen aus Hannover und es hat sich damals einfach so ergeben, dass wir quasi unser Büro in Hannover aufgebaut haben. Wir sind ein sehr junges Team. Also man sieht es so ein bisschen an den Fotos. Also ich glaube, der Älteste ist unser Gründer, einer der Mitgründer mit 40. Ansonsten ist das alles da drunter. Wir sind wirkliche Nerds und Techies. Also wir wollen immer den neuesten heißen Scheiß ausprobieren. Das ist tatsächlich so. Und wenn das neue iPhone in die Redaktion kommt, dann weiß man das sofort, weil dann irgendwie eine 20-Menschen-Traube darum herumsteht. Also wir machen noch Print viermal im Jahr. Auf rund 200 Seiten präsentieren wir die wichtigsten Technologietrends in der digitalen Wirtschaft und geben Tipps fürs digitale Business. Das machen wir auch online mit rund dreieinhalb Millionen Visits mittlerweile monatlich. Und wir machen seit Ende letzten Jahres Podcasts. Und zwar nennt sich das Ganze Filterblase. Das ist das Logo. Und es hat mal angefangen mit so einem Privatprojekt von mir persönlich. Das habe ich Ende 2015 oder Mitte 2015 gestartet, weil ich gedacht habe, ich habe Bock mal über den klassischen Textkosmos hinaus zu gehen. Und habe den Zero-One-Podcast gestartet, wo ich einmal im Monat eigentlich mit Experten über wichtige Technologietrends und den Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft diskutieren wollte. Bis die Geschäftsführer immer auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ey, das ist ja eigentlich genau das, was wir bei T3N auch machen. Mach das doch im Rahmen von T3N. Also so zu einer Zeit, als die dritte Welle noch gar nicht unbedingt da war. Aber ich persönlich mache schon lange Podcasts, habe Gaming-Podcasts gemacht zwischendurch, aber immer so auf privater Ebene, Hobby-Ebene. Genau, seit Ende 2016 firmiert das Ganze jetzt als Filterblase. Und ich und mein Kollege Stefan Dörner, Online-Chefredakteur, wir sind quasi die Hosts. Das heißt, wir machen gemeinsam Podcasts, aber wir laden uns auch T3N-Redakteure mal rein oder auch Experten aus, was weiß ich woher, und sprechen mit denen über entsprechende Themen. Das immer grob im Rahmen 30 bis 45 Minuten. Und was wir im Grunde machen, ist eine auditive Erweiterung unseres Magazins. Also T3N ist ja vor 13 Jahren gestartet als Fachmagazin. Es war früher ein reines Typo 3 Magazin, deshalb heißt es übrigens auch T3N, Typo 3 News. Und hat sich im Laufe der Jahre dann sehr, sehr breit aufgestellt. Und mittlerweile schreiben wir eigentlich über alle wichtigen Technologietrends von Online-Marketing, E-Commerce, Webentwicklung ist sehr stark nach wie vor für uns, weil das einfach der Bereich ist, wo wir herkommen. Aber auch generell Zukunftstechnologien, Technologietrends. Und das machen wir im Magazin im Grunde genommen auch. Also wir haben drei, vier Seiten Platz und da haben wir immer den Anspruch, dass unser Leser nach dem Lesen dieser drei, vier Seiten Bescheid weiß über dieses Thema, es einordnen kann. Ja, also ist das wichtig für mich? Kann ich das in meiner täglichen Arbeit einsetzen? Braucht das vielleicht meine Agentur? Brauche ich das als Freelancer und so weiter und so fort? Das habe ich gerade schon gesagt. Also in der vorgegebenen Zeit einen guten Überblick über das Thema geben und das machen wir halt auch in dem Podcast. Deshalb sind wir auch definitiv immer monothematisch. Also wir machen keinen News-Podcast. Das haben wir mal ausprobiert. Das hat aber irgendwie, hat sich das erstens nicht gut angefühlt und zweitens haben wir gemerkt, dass nach einer Woche keine Sau mehr an diesem Podcast interessiert war, weil es ja dann schon den neuen gibt, mit den neuen News. Und der große, große Vorteil von monothematischen Podcasts ist, dass die noch Monate später abgerufen werden und die Abrufzahlen sozusagen ständig steigen und man im Grunde genommen so ein Themenarchiv hat, wo man sich durchklicken kann und das merken wir auch bei den Abrufzahlen. Zu den Zahlen sage ich gleich noch was. Das sind so grob unsere Themen. Also wirklich aktuelle Sachen wie Uber in der Dauerkrise, Technologietrends wie Augmented Reality, auch Security läuft immer gut. Und WannaCry-Angriff. Da machen wir dann auch mal gerne so einen Deep Dive und holen uns einen Experten dazu. Aber auch hier geben wir natürlich Tipps. Sowas wie Gründertipps oder Arbeiten in der Ferne. Was ist da wichtig? Eine Kollegin von mir ist in Barcelona und mit der habe ich dann einfach den Podcast aufgenommen. Aktuelle Reichweite. Also nach der ersten Woche haben wir so 5.000 bis 7.000 Plays. Was heißt Plays? Da komme ich gleich noch drauf. Wir hosten auf Soundcloud. So die, nach 6.000 bis 8.000 Wochen liegen die meisten bei 10.000 bis 12.000 Plays. Und die erfolgreichsten drei Folgen bisher sind Bitcoin, Social Media am Ende, also eine steile These. Bitcoin interessiert gerade sowieso jeden. Social Media am Ende im Sinne von, ist Social Media kaputt? Ja, hat auch unglaublich gezogen. Trotz der miserablen Audioqualität in der Folge zumindest. Und der 5-Stunden-Tag ist auch ganz gut gelaufen. Irgendwie will jeder weniger arbeiten. Genau. Das ist unser Setup. Vielen Dank an Ralf Stockmann. Das ist halt, muss ich das vorstellen, man, 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 das ist so ein Projekt in so einem mittelständischen Verlag und das darf natürlich erstmal nicht viel kosten. Ja, und dann war das einfach so perfekt. Ja, also wie kriegen wir eine einigermaßen gute, gute Audioqualität für Dummies hin, was auch noch mobil ist. Wir haben ja keinen eigenen Raum, wo wir, oh, das ist jetzt unser Video oder der Audio-Raum, haben wir nicht. Ja, wir gucken immer, wo ein Raum frei ist. Und vielleicht auch nochmal zum Verständnis, ich bin ja Chefredakteur des Magazins, mein Kollege ist Chefredakteur von t3n.de und da hat man einfach immer, eigentlich hat man die ganze Zeit nur Meetings und das nervt total. Und wir müssen immer zusehen, dass wir zwischendurch irgendwie mal Raum für einen Podcast haben. Ja, und da ist so ein mobiles Setup perfekt, ja. Egal in welchem Raum, wo gerade was frei ist, da gehen wir hin, dann nehmen wir auf und dann sind wir auch durch. Und wir sind endlich auf Ultraschall gewechselt. Auch da nochmal Dank an Ralf, der uns das mal erklärt hat, bei uns in Hannover war. Also mit dieser Routing-Matrix tue ich mich noch ein bisschen schwer. Mein Kollege Stefan checkt die überhaupt nicht. Aber so langsam wird es. Problematischer wird es dann eher, wenn mal ein anderer Kollege einen Podcast aufnimmt. Aber da sage ich auch noch gleich was zu. Ja, und wir sind auf Soundcloud. Gleicher Grund wie vorhin, wie dieses, die Auswahl des Aufnahmeequipments. Kleines Projekt am Anfang, wie geht es möglichst unkompliziert. Ich wollte erst unserer Technikabteilung erklären, dass wir das Potluck Plugin unbedingt brauchen. Die hat mir dann einen Vogel gezeigt. Die hat gesagt, nee, ist nicht. Viel zu kompliziert. Denkt ja was Einfacheres aus. Also Soundcloud war damals die einfachste Lösung für uns. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir unser CMS sowieso wechseln werden. Sehr wahrscheinlich in den nächsten Monaten weg von WordPress. Und dann hat sich das sowieso erledigt. Wir schneiden fast nie. Also das ist auch so ein Ding. Wir haben einfach keine Zeit dafür. Wir könnten das jetzt auslagern. Klar haben wir uns auch schon drüber Gedanken gemacht. Aber irgendwie ist es aktuell tatsächlich noch so, dass wir aufnehmen, das Ding zu Auphonic hochladen, fertig, Ausschluss. Es funktioniert ganz gut. Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann anfangen, stärker in der Post-Production zu investieren. Aber aktuell machen wir das noch nicht. So, aber jetzt nochmal kurz, warum machen wir das eigentlich alles? Ja, also wir machen ja Print und wir machen Online. Das machen wir sehr erfolgreich. Immer noch mit Wachstum auch im Print. Entgegen dem Trend. Also wir sind eigentlich happy mit unserem Medienmix und trotzdem machen wir Podcasts. Das ist ein Zitat, das finde ich ganz interessant. Es hat auch so eine Punchline. Ja, Audio ist der Text der mobilen Generation, hat der Chefredakteur der Rheinischen Post gesagt vor ein paar Wochen. Stimmt eigentlich gar nicht so richtig, weil die mobile Generation ja auch viel mehr liest als früher, allein durch die ganzen Textmessages und so weiter. Trotzdem fand ich das so als Punchline mal ganz gut. Und ich glaube, das ist ein Bild, was mittlerweile jeder kennt, junge Menschen, die Kopfhörer auf dem Kopf haben. Und das wird gefühlt immer mehr. Und allein in Deutschland wurden im letzten Jahr 11,4 Millionen Kopfhörer verkauft. Das fand ich schon mal ganz schön viel. Aber noch spannender ist eigentlich das, was in dieser App hier passiert. Also WhatsApp. Allein in Deutschland, ich glaube, eine Marktdurchdringung von mittlerweile 80 Prozent. Muss man sich mal vergegenwärtigen. Aber das eigentlich Spannende ist diese Geschichte. Im Buenos Aires sind die Leute mittlerweile so weit, dass sie nur noch über WhatsApp, aber nur noch über Audio kommunizieren. Und das sieht dann so aus, hat nicht mehr viel mit Text zu tun. Und interessanterweise, ich habe meine Tochter zwei Jahre lang mit dem Bus zum Kindergarten bringen müssen. Und das war mein Schulbus, weil wir immer um halb acht gefahren sind. Das ist halt die Schulzeit. Und für mich war das immer so mein persönlicher Experimentierumgebung, zu gucken, was machen die jungen Leute eigentlich. Und was ich wirklich sehr krass beobachtet habe, ist, die nutzen die WhatsApp wie verrückt, aber sie sprechen halt da Texte. Sie sprechen rein. Auch, wenn zwei Leute im gleichen Bus sind. Ja, also man könnte ja hingehen und irgendwie sagen, hier, nein, da wird ins Telefon gesprochen. Und der andere hört sich das dann an. Die Geschichte, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, wird auch einen Impact haben, inwiefern, schwer zu sagen. Aber ich glaube, das ist im Zusammenhang mit dem, was ich jetzt über WhatsApp gesagt habe, die eigentliche stille Revolution. Wenn wir eines Tages vielleicht wirklich die Headphones so klein haben und auch, dass sie so gut sind oder dass man gar nicht mehr merkt, dass man Kopfhörer überhaupt im Ohr hat. Sind alles jetzt verschiedene Entwicklungen und ich will das jetzt auch gar nicht groß deuten, aber ich merke halt oder wir merken, das kommt, also das war schon da und es ist Netz, ich habe es einfach mal Netz-Audio genannt, ist da und es wird auch nicht mehr weggehen, weil einfach die technische Entwicklung so weit vorangeschritten ist, dass es total easy ist, noch viel einfacher als früher Audio zu konsumieren. So, und wie machen wir das jetzt alles? Bei T3N sind es so ein bisschen jetzt mehr unsere Hintergedanken. Erstmal geht es darum, T3N überall dort stattfinden zu lassen, wo es vorher nicht stattgefunden hat. Ja, also klar, hier kann man, in der Bahn könnte man jetzt auch eine Zeitschrift lesen, aber machen dann doch die wenigsten, die gucken auf ihr Smartphone oder hören halt. Und da gibt es halt, habt ihr sicherlich auch schon oft thematisiert, gibt es halt klassische Anwendungsszenarien. Auto ist, glaube ich, das beste Beispiel, wo Audio einfach wunderbar funktioniert. Und da findet T3N bisher nicht statt. Und das können wir ja plötzlich mit Podcasts. Und wie ist es jetzt auf C3N zugeschnitten, beziehungsweise jetzt nochmal ein bisschen tiefer ins Detail gehen? Also wir wollen ja Fachwissen vermitteln, ja. Also so eine Ethereum-Blockchain zu erklären, ist nicht ohne. Das ist wirklich kompliziert. Natürlich kann man das im Text machen, das geht auch. Aber ich persönlich finde immer, dass eine Erklärung, die von einem persönlich kommt, viel, viel besser funktioniert. Man prägt sich das viel besser ein, als wenn man einen trockenen Text runterliest. Also Persönlichkeit, ja. Also Podcasts sind total persönlich. Und im Vergleich dazu ist Text ja total anonym. Da steht da natürlich ein Autor und der hat eine gewisse Haltung und der hat eine gewisse Schreibe. Aber im Vergleich zu Podcasts ist es doch sehr blutsleer, würde ich jetzt mal sagen, ja. Und was wir mal probiert haben ist, oh, okay, dann lassen wir uns doch, dann lassen wir doch unsere Texte mal von Menschen vorlesen. Also online und Texte vorlesen lassen. Hatten wir mal die Funktion, haben da eine Kooperation mit dem Startup Narando gehabt. Das heißt, die haben dann einfach Texte von uns genommen, in Print und Online und haben die von professionellen Sprechern vorlesen lassen. Hat keiner genutzt. Also hat wirklich fast niemand interessiert. Wir haben es dann, ich glaube, nach drei Monaten eingestellt. Also die waren auch ganz cool, die haben sich echt viel Mühe gegeben. Die gibt es auch nach wie vor noch, gehen jetzt mehr in Richtung Corporates und machen was für Unternehmen. Aber unsere Idee war da auch, okay, da können wir ja auch T3N dort stattfinden lassen, wo es bisher nicht stattfindet, zum Beispiel im Auto. Aber das hat einfach nicht geklappt. Das hat nicht funktioniert, weil eben die Leute, die einen Text geschrieben haben, nicht diesen Text vorgelesen haben, sondern irgendwelche Sprecher, die eigentlich mit dem Text nichts zu tun hatten. Also der große Vorteil vom Podcast ist also neben der Konsumierbarkeit auch die Persönlichkeit beziehungsweise der persönliche Zuschnitt. Und deshalb eignen sich Podcasts auch unheimlich gut, eine Haltung zu zeigen. Ja, also wir machen das mit Themen wie die Notzneutralität zum Beispiel, wo wir auch einfach denken, das, was die Telekom da treibt, ist echt unfassbar. Oder auch solche Themen wie Sexismus in der Tech-Branche. Also sowas wie Uber oder es gab diesen Fall bei Google, wo sich ein Entwickler zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, das ist ja eigentlich alles gar nicht so schlimm. Und dann kann man natürlich, kann man da Texte zuschreiben, aber wenn man sowas persönlich diskutiert, dann bleibt es besser hängen, man kann besser Haltung zeigen und Überzeugung. Ich habe mal eine Hörprobe mitgenommen. Ich hoffe, sie funktioniert jetzt. Nein. Über HDMI einfach kommt nichts. In der Audio-Auswahl müsste man beim Lautsprecher. Ja. Achso, jetzt bist du da oben. Ja. Jetzt musst du... Ah, ich sehe es halt. Ja, klar. Da, den, da, den. Okay. Jetzt. Ja, okay. Eine Frau wird dir sagen, dass sie schon mal in irgendeiner Form mit Sexismus in Berührung gekommen ist. Ja, ich bin eine Frau einer Textin und ich schreibe über Tech und natürlich habe ich das auch schon erlebt. Ich erzähle dir mal besonders gerne einen Fall, wo ich bei einer Konferenz war. und ein PR-Mensch, ich möchte das jetzt möglichst neutral formulieren, damit keine Rückschlüsse auf die Person gezogen werden können, unser damaliger Chefredakteur von t3n.de ansprach, sich eine Weile mit dem unterhielt und irgendwann drehte er sich zu mir und meiner Kollegin um und sagte, und ihr arbeitet im Backoffice. Das war eine Frage. Und da merkt man schon, dass gewisse Vorurteile natürlich noch da sind. Und das ist auf gar keinen Fall sein kann, dass eine Frau über Tech schreibt oder sich gerade dafür interessiert. Also die hat einfach eine kurze Anekdote und wie sie das empfindet als Frau, was sie so für Erlebnisse gehabt hat bisher und Erfahrungen in unserer Branche. Und das bleibt einfach heften. Das bleibt einfach viel besser in Erinnerung, als wenn man das in Text aufschreibt. Eine Frau bitte sagen. Also man kann sagen, der persönliche Zugang erhöht auch das Zugehörigkeitsgefühl der Hörer zu uns, also zu unserer Marke. Insofern hat das ganz viel mit Community zu tun. Also wir setzen sehr viel Wert auf unsere Community und Podcasts sind einfach das perfekte Community-Medium. Ich glaube, das ist jetzt hier nicht neu. Aber in einem zweiten Schritt heißt es für uns natürlich, dass Podcasts auch Brand-Building ist. Deswegen ist das auch noch gar nicht so schlimm, dass wir damit kein Geld verdienen, bisher zumindest. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Also es geht darum, T3N erlebbar zu machen. Denn T3N, und das ist unsere Vision, ist halt mehr als einfach nur das T3N-Magazin, die Website, sondern T3N ist eine Community mit einer Haltung. Wir sagen immer, wir sind positiv eingestellt zu diesen ganzen neuen Technologien und zur Digitalisierung, was aber nicht heißt, dass man Dinge auch kritisch hinterfragt. Also so eine ausgewogene Haltung und die kann man einfach perfekt in Podcasts wiedergeben und so, dass sie auch in Erinnerung bleiben. Und wir glauben einfach, dass journalistische Marken in Zukunft, oder dass der Journalismus starke Marken braucht. Ja, also gerade in politisch unsicheren Zeiten, in Zeiten, in denen die Medien in der Kritik stehen, aber auch in Zeiten, wo sich die Medien fragen müssen, wie verdienen wir in Zukunft eigentlich Geld, sind starke Marken unheimlich wichtig. Und Podcasts sind für uns ein extrem wichtiges Element in diesem Medienmix der Zukunft. So, und jetzt mal wieder so ein bisschen runter von der Meta-Ebene, abschließend nochmal ein paar Herausforderungen, also woran wir oder woran wir uns gerade so ein bisschen den Kopf zerbrechen oder was wir uns für Fragen stellen. Erstens so Seeding und Interaktion. Ups, hier ist was kaputt. Also vom Gefühl her sind die Social-Media-Plattformen heute irgendwie nicht sehr audiofreundlich. Also das ist schon das Höchste der Gefühle, die native Einbindung des Soundcloud-Players bei Twitter, aber da klickt kein Mensch drauf, wirklich die allerwenigsten nur. Wir gucken uns natürlich trotzdem an, was so passiert, sowas wie Facebook Live Audio haben wir mal ausprobiert, hat überhaupt nicht geklappt, ist ständig abgestürzt, waren auch in der Beta, wir wissen nicht, wie es jetzt aktuell läuft, wäre aber potenziell natürlich interessant für uns, aber aktuell ist es tatsächlich so, wie ich es gerade gesagt habe, aktuell ist das alles sehr audio-unfreundlich. Was wir so probieren, wir trotzdem fragen uns, ja, wie können wir denn irgendwie das Seeding verbessern in den sozialen Medien und wir haben eine ziemlich hohe Reichweite in den sozialen Medien, also knapp 200.000 Facebook-Fans, bei Instagram weiß ich es gar nicht, aber es müssten auch über 100.000 Follower mittlerweile sein, ich glaube 150. Wie machen wir die aufmerksam auf unserem Podcast? Sowas, was wir ausprobieren, sind Zitate in Textform. Ja, das funktioniert irgendwie auf Instagram, die Leute lieben Zitate, ich weiß auch nicht warum, aber sie mögen es einfach, ja, und sie klicken es dann. Ob sie dann aber den Weg zum Podcast und den Abonnieren und auf Play drücken, schwierig. Können wir auch gerade gar nicht so richtig messen. Ja, und generell mehr Interaktionen mit der Community auf ohne Medienbruch, ja, also kein Mensch schreibt Kommentare in einen t3n.de-Post, in dem eine aktuelle Folge eingebettet ist, tun die Leute einfach nicht. Also sowas wie, jetzt habe ich den Namen vergessen, Tech, das Startup, was ich gestern vorgestellt habe, das fand ich schon mal, genau, das, wie hieß die? Vogue Tech, das ist schon mal was ganz Interessantes, also so eine Art, also so, dass die Community ein Tool an die Hand bekommt, um halt auch auf der Audio-Ebene zu antworten und nicht den Medienbruch Richtung Text gehen muss. Die Vermarktung. Wir wollen damit auch Geld verdienen, ganz klar. Also es geht jetzt nicht nur um Brandbuilding, aber aktuell ist es schwierig. Wir sind so in der Findungsphase, es liegt auch ein bisschen daran, man weiß nicht so recht, was die Kunden eigentlich wollen und sie wollen hauptsächlich aktuell, sehen sie, die Performance, was ich persönlich für einen Fehler halte, also Werbung in Podcasts, natürlich wäre es schön, wenn die auch ein paar Klicks bringt, aber ist erstmal natürlich unlogisch, ne? Also, weil man kann ja nicht jetzt klicken, während man einen Podcast hört. Und sozusagen dieses Bewusstsein, dass es auch viel Brandbuilding ist, wie eine Printanzeige, da kann man ja auch nicht draufklicken. Das muss erstmal noch so ein bisschen entwickelt werden, aber aktuell ist Performance-Marketing ja sowieso ein sehr, sehr großes Stichwort und insofern ist es da gerade noch ein bisschen schwierig, weil dann Kunden, also wir hatten schon erste Buchungen und die sagen dann so, ja, das hat sich nicht gelohnt, hat fast keiner geklickt. Und überhaupt, was für Werbeformate? Also, was wir aktuell machen, da habe ich auch eine Hörprobe mitgenommen, ist, ich und mein Kollege Stefan wollen die Werbung nicht einsprechen, weil wir sagen, wir sind halt journalistisch tätig, wir wollen nicht Werbung einsprechen, insbesondere vor dem Hintergrund, wenn wir irgendwann mal über diese Werbekunden schreiben, dann fühlt sich das ein bisschen komisch an und es riecht sehr nach Interessenskonflikt. Insofern macht es jetzt unsere Kollegin aktuell und klingt jetzt so. Ob er will, dass ich persönlich komme oder ob wir ein Webinar machen wollen, also sehr viel Einfühlungsvermögen. Also nicht die Kollegin. Übung, Übung, Übung. Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Wusstest du, dass die Öffnungsrate von Messenger-Newslettern bei 90% und die CTR bei 20 bis 30% liegt? Nur mal zum Vergleich. Bei E-Mail-Newslettern liegt die CTR im Durchschnitt bei 3%. Zudem erreichst du über den Messenger... Also es geht jetzt eine Minute ungefähr. Vorteil ist übrigens, dass man sein Produkt eigentlich ganz gut erklären kann. Aber wie gesagt, Klicks bringt es nicht so viel. Aber ob das jetzt die perfekte Lösung ist, gute Frage, wissen wir auch nicht. Wir probieren da einfach weiter aus. Welche Metriken für die Erfolgsmessung? Ja, das ist auch immer so eine Frage. Also wir haben ja diese Plays von Soundcloud, sage ich auch gleich noch was zu. Aber woran misst man jetzt gerade für einen Kunden jetzt irgendwelche Erfolgsmetriken? Sind es die Plays? Sind es die Downloads? Also ich fände es spannender, die Hördauer messen zu können, können wir gerade nicht. Weil klar, wenn jemand einfach nur mal kurz auf Play drückt, dann wird er die Werbung gar nicht hören. Insofern. Oder wie viele RSS-Abonnenten wir haben. Also wir sind da sehr am Anfang aktuell. Und dieses Thema, ja, Statistiken. Wir sind bei Soundcloud. Also da gibt es ein paar Statistiken. Ja, aber das ist alles noch sehr wenig. Insbesondere, wenn man einen Kunden hat, der ein paar tausend Euro bei uns lässt und dann so ein super detailliertes Reporting haben will. Ja, wer hat wann, wie oft, wie lange diese Folge gehört? Wer hat sie runtergeladen? Wer hat sie in den ersten drei Tagen? So ein paar Sachen kriegt man raus, aber so dieses große Reporting kann man mit den Statistiken nicht machen. Ja, und die Technik. Also wir sind zufrieden mit dem, was wir haben, aber es gibt einfach so ein paar Böcke, die kommen immer wieder und die haben wir nicht gelöst. Das Schlimmste sind die Gesprächspartner remote. Und wenn man die fragt, was habt ihr denn so für ein Mikro? Dann kommt meistens, ja, ich habe da schon was. Und dann fängt man an aufzunehmen und es klingt einfach scheiße und meistens ist es nämlich das hier. Wenn überhaupt. Die meisten sprechen in den Laptop. Ja, und das klingt einfach furchtbar. Aber man hat auch keine Lösung, weil was soll man tun? Soll man dem jetzt ein Mikro schicken, drei Tage vorher, dann sagt er plötzlich ab. Dann ist das Mikro da, dann muss der das wieder zurückschicken. Also es ist nicht praktikabel. Und trotzdem ist es halt ein großes Problem. Generell die Audioqualität, da müssen wir noch besser werden, das wissen wir auch. Das ist einfach so ein bisschen die Zeitfrage, die uns immer im Rücken ist. Bisschen mehr Zeit investieren in die Post-Production und in den Schnitt. Und nochmal kurz zu Ultraschall, bedienerfreundliches Setup für Redakteure. Es kommt auch vor, dass Kollegen, also nicht ich oder der Stefan, eine Folge aufnehmen. Und denen sage ich dann, bitte nimm mit Ultraschall auf. Das ist jetzt die Standardsoftware für Aufnahmen. Und ich erkläre es ihm auch, ein Kollege erklärt es ihm auch. Und dann erfahre ich plötzlich, er hat es doch mit Skype gemacht, weil es einfacher ist. Also wenn die die Routing-Matrix sehen, dann kriegen die halt schon ein bisschen Angst. Aber unterm Strich ist es uns einfach wichtig, dass wir Persönlichkeit zahlen über Podcasts. Und da muss es erstmal auch noch nicht perfekt sein. Und es funktioniert. Danke. Ach so, ich habe noch einen ganz kurzen Hinweis. Ich muss heute noch in den Norden. Und wer es schon mitbekommen hat, die Zugverbindungen in den Norden sind quasi gekappt. Wer in den Norden sollte heute noch mit dem Auto, der könnte sich bei mir melden. Ich würde eventuell mitfahren. Ja, vielen Dank. Ich muss nach Hannover. Also, ja. Vielen Dank erstmal, Luca. Ich hoffe, dass du noch deinen Weg nach Hause findest. Ja, hoffe ich auch. Unter hohen Opfern hier gewesen. Ich glaube, wir müssen auch leider gleich weitermachen. Aber vielleicht wären du zwangsweise. Genau, ja. Alles klar. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.